Als ich noch klein war, wurden Kerle wie ich dazu erzogen, Codexe zu befolgen. Hey, Wichser! Was hast du gesagt? Was? Antonio Soprano. Dürfte ich Sie bitte einen Moment alleine sprechen, Mrs. Soprano? Laut Stanford Binet-Test verfügt er über einen Hohen IQ. Sie können mir nichts weismachen. Er hat einen Durchschnitt von 4+. Naja, er bringt sich nicht ein, aber er ist klug. Die Ergebnisse zeigen seine Führungspersönlichkeit. Hey, Onkel Dick. In der Familie groß zu werden, fordert Opfer. Du bist mein Neffe. Ich möchte alles für dich tun, was ich kann. Schenke ich dir. Ich will aufs College. Wenn ihr mich damit erwischen, kann ich das knicken. Du nimmst diese Boxen, ja? Und im gleichen Augenblick schwörst du dir, das ist das letzte Mal, dass ich irgendwas klaue. Ganz einfach. Lass mich mit ihm reden. Er hört nur auf Dickie. Es muss was passieren mit Dickie Moltisanti. Manches, was du tust, gefällt Gott vielleicht nicht. Sei ihm ein Vorbild. Und er wird sich richtig entscheiden. Der Junge hat es drauf. Was deinen Neffen angeht. Ich bin ganz ohr. Halt dich aus seinem Leben raus. Ich bin ganz ohr. Warum ? Got yourself